Auffinden einer nicht ansprechbaren Person Beim Auffinden einer nicht ansprechbaren Person kommt es nicht selten vor, dass diese Person einfach an ihnen vorbeigejoggt. Hierbei hilft oft nur noch Gewalt. Für einen Nichtmediziner gibt es eine alte Methode, um das Gewusstsein einer Person sicher überprüfen zu können. Boah! Oh mein Gott! Hallo? Hallo? Entschuldigung, Sie? Hallo? Sie bitte mal seine Facecees anrufen, 112. Hier wird Hilfe benötigt. Der Mundraum ist leer, wie wir sehen. Das heißt, ab jetzt können wir dann in die stabile Seitenlage eingehen. Ganz wichtig, gegen Ende den Hals überstrecken. Ich habe jetzt ständige Kontrolle der Vitalfunktionen und den Patienten bewachen, bis eine weitere medizinische Versorgung gewährleistet ist. Das ist ständig voll im Bettwissen gelabert. Hey, wenn du jetzt nicht gleich die Fresse hältst, kriegst ein paar rein. Erstmal hörst du eine Umhau? Die sind! Die sind! Kannst du mal einen Notruf machen? Notruf? Was ist ein Notruf? 980 5 4 6 4 6 Oh ja, ruf an und verlange Lena! Die geile Sau! Die blätter Hals ... Vielen Dank.